Herzlich Willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute habe ich Ihnen die letzte Flasche im Bunde mitgebracht von Glenskoscher. Nein, in einer aufsteigenden Reihe die beste. Vielleicht werden wir gleich sehen, wie sie schmeckt. Nennt sich Glenskoscher Victoriana. Ja, 51,5 Volumenprozente, preislich, ja, schon deutlich über dem 18-Jährigen der alten Serie. Und auch die Flasche hier macht jetzt einen hochwertigeren Eindruck. Höher, so ein, zwei Zentimeter höher als die anderen. Grünlich in der Farbe, so wie früher die Glenskoscher Flaschen waren. Die waren noch grüner als die. Aber Anklänge davon und hier vorne drauf Exceptionally Rare Extra Aufkleber. Das andere ist gedruckt, viel Mühe gemacht und ist wohl nachempfunden dem alten Werbeplakat von Glenskoscher. Auf der Rückseite steht, dass der Master Blender John Patterson, nicht zu wechseln mit Richard Patterson, diese Fässer handselektiert hat von ihrem Reserve Seller. Also einen besonderen Keller mit der Staatsreserve. Ja, jedes Einzelnen ausgesucht für ihre außergewöhnliche oder seltene Charakteristik und außergewöhnlichen Reife. Und dann, gefinisht, in den Finest Deep Charred Oak. Das heißt, hier wurden extra, ja, stark thermisch behandelte Fässer für eine Nachreifung verwendet. Es gibt einen außergewöhnlich weichen Single Malt Whisky, wo es als Aroma und Geschmack in Harmonie sich ergibt. Und im traditionellen Weg abgefüllt, direkt vom Fass und ohne Kühlfilterung, subtiles Holz, Vanille, voller Körper, würzig, fruchtig und leicht rauchiger Nachgeschmack. Ja, bei Glenskoscher hin und wieder gibt es da mal ein bisschen was Rauchiges. 51,5 Volumenprozente, traditionell mit Farbstoff abgefüllt. So, warum schreiben Sie nicht Cast Strength drauf? Ich vermute mal, da ist dann doch noch ein bisschen Wasser zugesetzt, dass es nicht ganz Cast Strength ist. Auch wenn Sie sagen, direkt vom Fass und so. Schreiben Sie da noch was dazu. Nein, dasselbe. Mehr holt man da nicht raus aus dieser Verpackung. Also Rauch kommt am Kork noch nicht. Und ich bin jetzt am überlegen. Ich habe schon mal eine Karaffe mit Wasser hingestellt. Aber 51,5 ist in meiner Reichweite. Und das soll die letzte Flasche heute sein. Ob ich mir diese 51,5 nicht pur genehmige. Jo, schau mal. Elegant, voll. Creme Brulee. Creme Brulee ist Vanillecreme karamellisiert oder Zuckerschicht drauf, das mit heißer Flamme und mit offener Flamme karamellisiert. Dazu ein gutes Stück Frucht. Aber in Summe erstaunlich leicht. Also da die 51,5 Volumenprozente. Jetzt habe ich schmaler erzählt. Leicht würde ja bedeuten, dass der Alkohol jetzt stärker durchkäme. Es ist aber nicht so intensiv. Und der Alkohol kommt auch nicht durch. Wie haben Sie es denn gemacht? Und die Würze noch nicht. Noch nicht. Jetzt ist der Alkohol schon da. Jo. Und es kommt so eine Beerenfruchtigkeit mit. Jo, aber richtig. Brombeere, schwarze Johannisbeere, dunkel. Und diesen leichten Rauch, den Sie da schreiben, nix. Ne. Vielleicht ein bisschen Kakaonote. Im Abgang jetzt deutlich süßer. Also der ist haarscharf dazu da, nicht verdünnt zu nehmen, weil er hat schon einen gewaltigen Antritt auf der Zunge. Nicht alkoholisch brennen, nein, nein, aber kräftig. Und da ist dann dieses Spicy-Wort schon richtig, womit Sie dieses Mal das Spicy nicht als scharf werden dürfen. Und jetzt am Ende diese süße Fruchtigkeit, die auf der Zunge zurückbleibt. Jo. Doch. Gut ausgewählt. wie viele flaschen es davon gibt keine ahnung die alten flaschen habe ich nachgelesen gehabt die haben pro jahr nur 12.000 flaschen produziert für alle jahre jahrgänge die sind nicht jahrgänge alter die sie da hatten für die gesamte welt wenn wir da anschauen was wir in der whisky store verkauft haben dann war das ein erheblicher prozentsatz na gut ob diese zahlen immer so stimmen man weiß es nicht die werden irgendwo genannt dann werden sie wiederholt und dann werden sie irgendwo veröffentlicht und keine ahnung die neue range sollte die alte range demnächst verdrängen noch laufen beide ranges nebeneinander die großhände haben wohl noch alles vorrätig die neue range ist deutlich teurer als die alte schauen mal wo die ganze geschichte hingeht und wo wir dann in einem jahr mit diesen flaschen stehen schauen sie bei uns im shopsystem nach können sie es sehen ach ja eins wollte ich noch nach diese flasche hat jetzt nicht diesen typischen sea spray glenskoscher nachgeschmack die hat sie nichts da hebt sie sich von den anderen ab herzlichen dank fürs zuschauen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020